Sooo und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titanfall Ich habe jetzt mal ein bisschen gepennt und bin, naja, immer noch nicht hundertprozentig ausgeschlafen Aber immerhin etwas mehr als heute Nacht Und ich habe jetzt auch schon in den Optionen eben kurz die Grafiken klein wenig runtergedreht Gerade Anti-Aliasing und die antisotropische Filterung Ja, Musik oder die Lautstärke, Master Volume habe ich noch ein bisschen hochgedreht Die war nämlich ein bisschen leise und ja, war es eigentlich auch schon Was ich alles gemacht habe und jetzt kann es direkt losgehen Ähm, genau, den hier habe ich freigeschaltet mit der Shotgun Ich glaube, die nehme ich gleich auch einfach mal Und dann würde ich sagen, einfach nochmal Lettrition Was beim letzten Mal so geil lief Ja Oh, das fand ich schon immer mitunter so ein bisschen nervig Bei, ähm, Modern Warfare oder so Wenn dann da eine Minute warten ist und ich eigentlich einfach nur spielen wollte Oh, und eine Map, die ich noch überhaupt nicht kenne Bis jetzt Ich bin gespannt Mal schauen, ob das sich auch aufs Laden auswirkt Die Änderung Bin ich mir nicht sicher So, die Tipps, das kennt man ja auch Die da immer stehen Ja Ähm, wenn man Schad braucht Ist der nächste Titan von einem freigeschöpft Ah, jetzt hat er hier wieder seine Lade Spack Wunderbar Und den Tank So, mal schauen Ah, mitten im Spiel rein Und es Ähm Trotzdem immer noch ein bisschen Das geht mir auf die Eier Verdammt Oh Alter Uncool Oh Ja, mal geil Das läuft ziemlich scheiße Ups Das, äh, sollte so sein Weil ich wusste, dass der da ist Granate Uncool Ach ja Wunderbar Ah, da oben Den haben wir uns gesehen Shit Boah Naja, wenigstens 3 zu 3, ne He He Das ist ja auch schon als Erfolg zu sehen Ah, als Erfolg zu sehen Was Be advised, Titan ready in 30 seconds Ja, das größte Problem Ja, das größte Problem Ah, bei der Schrupflinte ist natürlich nur Man hat wirklich, äh Kaum Reichweite Also bei so, gerade bei so größeren Maps Ist es halt einfach raunhaft damit zu spielen Am Arsch Ich bin bereit Ich bin bereit Diese kleinen Legs gehen mir ein bisschen auf die Eier Aber Die sind auf jeden Fall weniger geworden Was Ich bin bereit Dann krieg ich leider nicht, oder? Ich krieg den Fuck Oh man, ich mach hier aber auch scheiße gerade ich muss mich ein bisschen ein bisschen aufpassen beim nachladen egal wo ich mal meinen halten bekommt ja mal schauen ob ich vielleicht doch was reißen kann weil und schon wieder gehe ich mir hier Windows auf den Pist und tschüss so wow am Arsch zum Glück waren das Verbündete sonst hätte ich gerade Fett aus die Eier bekommen aber wo sind sie da oben ich komme hier aber mit der Schotten nicht ran so schon fuck ah ok oh fuck das war knapp da hatte ich Glück gehabt btf egal mal schauen ob ich den kriegte den krieg ich wohl eher nicht shit ah verdammt das hab ich verbockt am ende noch da hätte ich noch einen kriegen können 5 zu 7 ist zumindest nicht zu negativ so scheiß so dann lief auf jeden fall besser als beim letzten mal ähm mal schauen wie es weiter geht oh ich hab was freigeschaltet hat man geil Artillerie freigeschaltet jawohl ähm ja dann mach ich hier kurz mal Schluss bis zum nächsten mal ja Untertitelung des ZDF, 2020